Wie finde ich eigentlich Iona? Iona ist eine super Zahnpasta, wirkt sehr gut bei Zahnfleischentzündungen, allerdings enthält sie kein Florid und ich würde auf jeden Fall zweimal am Tag mit Florid putzen, denn Florid senkt das Kariesrisiko. Natürlich kann man auch, wenn man Florid verwendet, Karies bekommen, aber das Risiko dafür ist einfach deutlich geringer, als wenn man kein Florid verwendet. Darum würde ich Iona nicht als alleinige Zahnpasta verwenden, sondern vielleicht nur einmal am Tag und zweimal trotzdem noch mit Florid putzen oder man gibt zur normalen Zahnpasta einfach so einen ganz kleinen Klecks Iona mit dazu. Und für mehr Zahnpflegetipps, mach das bloß weg!